Moin, mein Name ist Tobias Vogt und im März 2020 ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Seitdem arbeite ich im Porsche Zentrum Hamburg Nordwest als Neu- und Gebrauchtwagenverkaufsberater. Der erste Berührungspunkt mit der Marke Porsche, als mein Großvater seinerzeit einen roten Porsche 911 gekauft hat und mich als Kind damit abgeholt hat damals, das war für mich die erste Berührung, an die ich mich erinnern kann mit der Marke Porsche. Welchen Porsche bin ich zuerst gefahren? Mein Dienstwagen, den Porsche Macan. Mein Lieblingsmodell, das wird schwer, weil Porsche hat so viele tolle Modelle, aber wenn ich mich jetzt persönlich festlegen müsste, wäre das der aktuelle 911 GT3 mit Flügel. Neuwagen. Die Marke, die Verbindung zur Motorsport-Historie, das Design der Fahrzeuge, begeistert von klein bis groß und es ist einfach eine faszinierende Marke. Es ist eine Ehre für die Marke zu arbeiten. Diesen Traum konnte ich mir letztes Jahr erfüllen und zwar bin ich mit dem Porsche Taycan in die Toskana gefahren und das war ein wirklich atemberaubendes Erlebnis. Voll elektrisch, nach Italien mit meiner Partnerin, das war wirklich klasse. Dann kann ich dir. Da? Das macht mir schon. Aber ich bin jetzt eigentlich. Untertitelung des ZDF, 2020